So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück und zwar dieses Mal mit einem großen Thema, theoretisch zumindest, und zwar der Fourier-Transformation. Jetzt will ich allerdings ganz am Anfang hier schon einen Disclaimer geben. Ich weiß ganz genau, wie viele Leute dieses Thema auf YouTube suchen werden und ich bin vielleicht nicht die richtige Quelle für euch, weil ich hier tatsächlich die Aspekte, die für die Signalverarbeitung relevant sind, besprechen möchte. Nicht die Herleitung, sondern nur, was davon eben relevant ist. Das heißt nicht, dass ihr es euch nicht trotzdem anschauen solltet, sondern ihr solltet es euch angucken. Vielleicht versteht ihr dann, was der Nutzen hinter diesem komischen Ding namens Fourier-Transformation ist, aber ich werde nicht so stark auf die Mathematik eingehen, wie das vielleicht manche hier erwarten würden. Okay, jetzt lasst uns anfangen, sonst weiß ich ganz genau, dass ich wieder hier nämlich sehr, sehr viele Anfragen kriege, warum zur Hölle ich das denn so gemacht habe und nicht anders. Deswegen dieser Disclaimer vorneweg. Okay, also die Fourier-Transformation ist eine Möglichkeit, um von dem ganz normalen Amplitudenbereich, den wir schon gesehen haben, in das Spektrum zu kommen. Und das Spektrum, haben wir ja gesehen, ist für Analyse von Signalen meistens deutlich besser geeignet, weil wir dort direkt zum Beispiel sehen können, ich habe ein A gesprochen, ich habe ein E gesprochen und so weiter und so fort. So, und eine Fourier-Transformation macht folgendes. Sie versucht, also das Blaue ist jetzt hier einfach mal das gegebene Signal, das ist ein Sägezahn-Signal. Und ja, wir haben hier einfach dieses blaue Dingens, was eigentlich, naja, ein nicht so schönes Signal ist. Also das, das gibt auch einen komischen Ton ab. Aber was man damit macht, ist im Endeffekt, wir versuchen jetzt mit diesem komischen Signal hier, also dem da, dieses Zickzack-Teil, das versuchen wir jetzt durch Frequenzen anzunähern. Und wie ich euch schon gesagt habe, Frequenzen sind ja eigentlich nichts weiter als sinusförmige Schwingungen zum Beispiel. Oder Cosinus oder eben irgendwas anderes. Aber im Endeffekt versuchen wir jetzt quasi mit Sinus-Termen dieses Signal anzunähern, so viel wir können. Das heißt, wir versuchen zu sagen, hey, wir nehmen die grüne Welle hier. So, dieses grüne Ding hat natürlich einen gewissen Fehler, aber wenn wir nur das Grüne hier reinnehmen, dann ist das eigentlich schon mal ganz gut approximiert. Und approximieren heißt annähern, das heißt, ich versuche das blaue Signal so genau wie möglich zu erreichen, aber ich werde wahrscheinlich immer einen kleinen Restfehler behalten, zumindest in der Praxis. In der Theorie kann ich das natürlich exakt machen, weil ich da bis unendlich einfach gehen kann. Aber ja, das funktioniert leider in der Praxis nicht so gut. So, und wenn ich jetzt diesen grünen Term habe hier, dann sehe ich natürlich, okay, hier ist offensichtlich das Signal ein bisschen zu krass ausgeschwungen und hier zu wenig. Also das heißt, wir haben hier diesen Fehler hier, der ist einfach da, hier ist ein Fehler da und so weiter und so fort. Und was wir stattdessen jetzt machen, ist, wir nehmen einfach noch mehr solche Schwingungen. Das heißt, wir nehmen noch mehr Sinus-Cosinus-Terme und verändern die, zum Beispiel in der Amplitude oder eben in der Schwingungsfrequenz. Das heißt, wir haben hier diesen schwarzen Term, der da auch noch reinkommt und den können wir jetzt da drauf addieren oder subtrahieren. Und wir haben den roten Term, der da auch noch drauf kommt, addieren oder subtrahieren. Und so wird der Fehler immer, immer kleiner und irgendwann habe ich wirklich fast keinen Fehler mehr. Und wenn ich das unendlich lange mache, habe ich hier tatsächlich keinen Fehler mehr. Das heißt, meine Sinus-Kurven, also wenn ich wirklich unendlich klein werde, ja, und wenn ich hier wirklich so eine sehr, sehr kleine Schwingung habe, die quasi dieses blaue Signal direkt anschmiegt und dann gehen wir hier nach oben, dann mache ich das hier und dann habe ich vielleicht noch ein Signal, was da nochmal drauf addiert wird und dann wird es immer kleiner und der Fehler wird dann wirklich immer weniger und immer weniger, so dass ich die Amplituden quasi irgendwann wirklich genau auf dieses blaue Ding drauf packen. So, das heißt, ich versuche das zu machen. Und ja, das kann ich allerdings natürlich nur mit periodischen Signalen machen, denn immerhin ist meine Schwingung, mit der ich das dann versuche anzunähern, also dieses grüne Signal hier und das rote Signal und das schwarze Signal, weil die sind ja wirklich periodisch, das heißt, die kommen immer wieder. Das heißt, wenn ich einfach eine Gleichung habe, Sinus von x gleich xy zum Beispiel, also, halt eine Gleichung, ja, dann habe ich das Problem, dass ich hier wirklich ein Signal brauche, was immer gleich bleibt. Und wir wissen mittlerweile, solche Signale sind im Computer eigentlich nicht gegeben. So, das heißt, was wir jetzt hier für ein Problem haben, ist ganz einfach. Wir können nur periodische Signale wirklich anschmiegen. Jetzt, wie gehen wir da drum rum? Naja, wir cheaten ein bisschen und sagen einfach, ja, ja, unser Signal ist periodisch mit einer Periodenlänge von unendlich. Das bedeutet, wenn ich euch jetzt hier ein 10 Minuten Schnipsel als Video gebe, sage ich jetzt einfach mal, dann ist quasi meine Stimme, wenn man die periodisch hintereinander legen würde, ja, also 10 Minuten und danach nochmal 10 Minuten, danach nochmal 10 Minuten und so weiter und so fort. Das ist quasi dann meine Periodenlänge. So, das heißt, ich nehme einfach an, dass hinten irgendwo im Unendlichen, also danach quasi, kommt dieselbe Frequenz nochmal. So, und deswegen ist meine Periodenlänge hier einfach auf unendlich gesetzt. Oder Richtung unendlich. Man kann ja nicht wirklich gleich unendlich setzen, sondern wir sagen nur, geht gegen unendlich. Das sind aber mathematische Feinheiten, die will ich hier, wie gesagt, nicht weiter betrachten. So, und die Grundfrequenz, die nehme ich einfach mal als 0 an. Dann fange ich quasi bei gar nichts an und gehe dann immer weiter hoch. Und kleine Erinnerung hier, die Grundfrequenz von einer männlichen Stimme ist 150 Hertz. So, und ja, das ist jetzt natürlich hier unsere Ausgangssituation. Das heißt, wir wollen eine unendliche Annäherung mit Sinus- und Cosinus-Thermen. Das ist das, was eigentlich eine Fourier-Transformation tut. Und ja, wir nehmen hier einfach die Amplitude und setzen die als sozusagen die Signalstärke von der Frequenz. So, das hört sich jetzt immer noch sehr, sehr abstrakt an. Das gebe ich absolut zu. Deswegen will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Und wir sagen, wir nehmen uns direkt hier eine Formel zur Hand. Und die erklärt das vielleicht ein bisschen besser. So, die Formel ist diese hier. Und das ist jetzt erstmal ekelhaft. Vor allem, weil wir hier auch gleichzeitig noch mit komplexen Zahlen rumhantieren müssen. Das ist jetzt allerdings für diesen Anwendungsfall nicht so wichtig. Und wir gehen hier tatsächlich von, also wir bilden das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über das Signal x in Abhängigkeit von der Zeit. Das ist quasi das blaue Signal hier. Also nochmal ganz kurz zum Illustrieren. Das hier ist x von t. Okay, das ist x von t. So, und ich bekomme quasi hier die Stärke von meiner Frequenz raus als Groß-X. Das heißt, ich weiß danach, okay, das grüne Signal ist offensichtlich enthalten, während vielleicht das grüne Signal um 1 nach rechts verschoben ist nicht mehr enthalten. So, oder zumindest nur noch sehr, sehr schwach enthalten. Okay, das heißt, ich gehe einfach, also ich bilde wirklich das Integral von minus unendlich bis plus unendlich, weil wir, wie gesagt, die Periodenlänge auf unendlich setzen müssen. Über x. Und dann multipliziere ich noch e hoch minus i Omega t3. So, das ist jetzt sozusagen unsere, naja, Formel dafür. Und ich will die jetzt hier auch gar nicht weiter erläutern. Die könnt ihr einfach mal so als gegeben hinnehmen. Wir sind nämlich noch nicht fertig, denn wie ihr vielleicht wisst, haben wir in unserem PC keine fertigen Signale. Das heißt, wir haben so ein blaues Signal hier nicht, das wirklich komplett so weitergeht. Schon gar nicht periodisch. Also periodisch schon zweimal nicht, aber wir haben auch nicht so ein blaues Signal, sondern wir haben eigentlich nur diese Dirac-Stöße. Und diese Dirac-Stöße, die sind natürlich jetzt unser Problem. Denn wir können kein Integral über unendlich dünne Werte bilden. Das ist ja quasi ein, okay, ja, man kann natürlich hier eine Kurve drüberlegen, aber diese Kurve muss man erst mal finden. Die müsste man jetzt erst mal aus diesen einzelnen Werten rausfinden. Und das funktioniert nicht so einfach. So, und ja, ich kann hier nicht irgendwie ein Integral bilden, weil ich habe wirklich nur einen unendlich dünnen kleinen Dirac-Stoss, der da als Wert gespeichert ist. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass ich die Fourier-Transformation so gar nicht machen kann, weil ich kann ja kein Integral bilden, wenn ich keine Funktion habe. Weil ich habe wirklich nur einzelne Werte. Okay. Das Ganze haben wir schon aufgerollt. Warum wir solche Dirac-Stöße brauchen, im Endeffekt liegt es daran, dass reale Signale nicht periodisch sind und wir die somit auch nicht als Funktion bei uns speichern können. Sprich, wir müssen irgendwie diese einzelnen Werte speichern und dann müssen wir samplen und so weiter und so fort. Das Thema kennt ihr mittlerweile. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, okay, was machen wir stattdessen? Wir können sowas nicht machen. Und dafür gibt es eine Lösung, die ich euch im nächsten Video vorstellen möchte. Das Ding nennt sich diskrete Fourier-Transformation. Und ja, lasst es mich dabei belassen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.